Frau Kovac, das mit der Wäsche, das mache ich lieber selbst. Aber Herr Beer, von mir müssen Sie sich doch nicht zämieren. Ich habe schon einiges gesehen. Übrigens, hier müsste man mal mit Nagel und Faden drin. Das mag sein, aber ich habe da meine eigene Methode. Ach ja? Welche denn? Ich schmeiß sie weg.